Corporal Dwayne Hicks, TQ4048215E9, Notfall. Meine Einheit hat auf LV-426 schweren Schaden genommen. Bitte um Unterstützung an Bord der USF Solaco. Überlebende, ich selbst, eine Frau, ein Mädchen und ein schwer beschädigter Synthet. Alle zu LV-426 ausgesendeten Colonial Marines sind gefallen. Wiederhole, alle zu LV-426 ausgesendeten Colonial Marines sind gefallen. Wiederhole. Wiederhole, Pirat ist an Bord. Captain Jack Sparrow, Sega President. Baum ist in Sigrun. Ja, dann kann man endlich mal vorlesen. Noch epischer Bitte. A TimeGate Studios, Dimension Studios, Nerf Software and Gearbox Software Game. Jo. Aliens Colonial Marines. Aliens Colonial Marines. Das habe ich schon gesagt. Aufgestanden Marines. Dies ist keine Übung und ihr seid nicht mehr bei Mutti. Do it, Felix. Das ist eine Übung. Ich kann es euch ausgesucht. Ich kann es euch ausgesucht. Ich kann es euch ausgesucht. Und ihr seid meine Crew aus der USF-Sephora. Wir sind hier wegen eines Notrufs der USF-Solaco, den wir vor 17 Wochen empfangen haben. Rhino 2.3 war zuerst vor Ort und ist auf heftig widerstand gestossen. Ihr seid die letzten, die aus dem Crew schlafen geholfen. Also, keine beschwerden, ihr mimen. Schließlich haben wir euch ausschlafen lassen. Macht euch Kampf breit und samet euch in 2d 2d 3d 5d 5d 6d 6d. 30 Minuten im Hangar! Solaco! Vielleicht kommt die Funzel! Die Funzel! Lichtmann! Bishop! Solaco! Ich geh immer schon der Plan durch, ne? Hüpfe, Mann! Hüp, hüp! Schlag, haut erst! Da haut er erst mal die Luft! Genau in diesem Moment kämpfen Rhino-2-1 und Rhino-2-3 darum, die Situation unter Kontrolle zu bringen! Er hat ja am Metallbein! Vor allen Dingen, er nennt seine Leute Mädels! Ich auch Mädels! Das war richtig besser davor! Wie ist sie zurück zu diesem Planeten gekommen? Danke für die Unterbrechung, Lieutenant Reed! Wir wissen nicht, wie das Schiff hierher gekommen ist! Im Moment sorgen wir uns nur darum, was unsere Marines umbringt! Die Situation ist ungewiss! Weitere Informationen kriegt ihr, sobald wir sie haben! Also los! Weit mal ins Heil, Marines! Hurra! 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 Guten Tag! Hurra! Danke! Ich glaub, das wird sie synchron machen! Ich brauche sind Informationen! Keine Helden! Kein Bullshit! Sie sind dort meine Augen! Melden Sie alles, was Sie sehen, damit ich weiß, womit wir es dort zu tun haben! Verstanden! Sagen Sie Rhino-2-1, ich bin auf dem Weg zu Ihnen! Jo! Ein Rhino! So, ich geb Befehle jetzt heute! Jetzt wird's lustig! Keine Granaten! Ja, scheiße! Miro! Wer? Miro, ich hab so voll deprimiert einfach! Das gönne ich mir! Ich hätte dir jetzt sowieso die Erlaubnis gegeben, dass sie Knopf drücken! Äh! Das ist das Einzige, was ich machen möchte! Den ersten Knopf drücken, MLP! Leila ist ein Dreidiger! Kretak ist voll in meinem... In meiner... Privatsphäre! Ich bin schon voller Glücksthebigkeit für das... Auf! Auf! Lilly! Das waren zwei! Der hat auch... Einer... Jufo hat schon wieder gesorgt! Lilly! Beim nächsten Mal werde ich dich nicht retten! Alter! Jetzt ist Schluss mit dem Vorraten! Man kriegt einen Zentimeter! Du weißt doch, der nächste Felsrager! Die Gangway lässt Atmosphäre ins All! Präkäre Situation, Sir! Präkär! Soll ich das am Duden nachschlagen? Google! Halbkick! 20 Minuten bis zum totalen Zusammenbruch! Machen Sie dicht! Winter, Sie haben die Lede gehört! Gehen Sie auf die andere Seite, dann machen wir dicht! Ich werde hier wieder eingequetscht! Ich werde hier wieder eingequetscht! Aufpassen! Ich glaube, das wäre eine Granate! Soll ich mal hier drinnen eine Granate schmeißen? Kannst ja machen! Tut sicherlich den Leuten gut! Wir werden wahrscheinlich instant im Boden liegen! Aufpassen! Da schmeißt er auf jemanden, der tot ist! Ach, da spinnst du! Hier, Talicino! Guck mal! Hier, auf dem da! Passt auf! Ich mache Talicino! Alter! Äh! Ihr braucht die Dinger doch! In der ersten Mission nicht! Aufpassen! Granate! Hä? Wo ist denn jetzt passiert? Die Granate! Ihr scheint die Dinger ja nicht zu brauchen! Nö, ich will nicht nur sehen! Nein! Moment! Da ist ein unbekannte Signal! Da bewegt sich was! Ist los! Ist los! Seh die! Hoi! Was geht? Ich hab dich ans Tor gestellt! Was ey, voll! Kratter geschlägt so leider voll! Da ist ein Laufmädchen! 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 Der Innschlag war für dich! Äh! Äh! Miro willst den Knopf drücken? Ne, ne, du. Ich hab den ersten Knopf in der Wege gedrückt! Ja! Dann drück du den Knopf! Leid this die tür da vorne kann ich auch schon nicht mehr ansehen die tür die ist von ikea wer wird die tür aufschweißen will jemand die tür aufschweißen will jemand die tür offen lassen ich versuche jetzt als kapitän chef ein bisschen darauf zu achten wie ihre erbsendose aufmachen will ich habe noch nie den monitor da gesehen du hast ja doch richtig schön eingequetscht da muss ich mich erst mal alles vollgeschleimt koordinieren wo bin ich noch facehugger das mache ich jetzt immer wirst du bist du vorrennen lily ja facehugger hier für dich okay die eier sind anscheinend kaputt die dinge gehen bestimmt gleich aus wenn das alien rauskommt wahrscheinlich ich gehe weg okay ich schneide den typ mal raus wo ist er denn hatte ich warte hier ich sag dann bescheid wenn einer kommt ja mach ich du schreist dann grad so schöne position kommt dir mal was raus ich glaube das sind dico eier gewonnen das ist ja voll langweilig er ist ein ü-eier aber nur überraschung in jedem zweiten fünften ei manno da wollte ich endlich mal einen facehugger haben wir kommen einfach nicht denken sie ist so gut hatten halt keinen bock die perversen facehugger macht disco licht bei euch die für die perversen und 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 rein und 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 Nein, wir brauchen 10 Minuten, um den Flugschreiber zu holen. Doch. Doch. Der Typ ist jetzt schnell. Sie ist auch mit der Bewegung. Hurra! Unterdrücktes Hurra. Wenn sich was bewegt, nicht denken, schießen. Hurra! Schreib einfach nicht Hurra, such einfach raus, weißt du, so vollst du das Hurra. Und dann Lilli so Hurra! Geh Kies, beweg dich. Arsch nach vorne, Gesicht nach hinten. Ich komm von unten. Ach. Ach. Ich komm von unten. Ach. Kopf ab. Recht gehabt. Der Flugschreiber befindet sich in den Raum, die Sassel. Rattag, bedien das Ding. Ich bin hier unten noch am Kämpfen. Okay, da geh ich hin. So ruhig. Okay. So ruhig. Ich spiel hier noch ein bisschen mit den Jungs. Ah. Ich hole ihn doch. Ich hab's grad die voll Slow-Motion-Bewegung gemacht. Ich bin halt langsam. Wow. Das ist aber schön explodiert, lieber hier. Kies. Danke, Kies. Wurde grad sagen, hast du ja Jungs schon wieder backen. Ja, du musst doch hier noch was abholen. Kies, geh mal auf den Weg. Oh, Lili. Hm? Ja, da kriegst du Lili. Jetzt kriegst du dein Fenster voll nur immer. Ja, das ist voll trotzdem weggesprungen. Ich bin, ich bin einst nach links gegangen, weil Kies, ähm, an mir vorbei musste. Das ist eine Sache da ja schon. Lili! Ja, es ist tot. Oh! Ah! Alter! Wie auf wird er mich noch sexuell belästigen? Wien, Frässe, ey! Ha! Hö! Ha! Ha! Ja, der hat grad den Knarre vom Beirut zum Maul gekriegt, obwohl's durchgesprungen ist! Alles klar! Ha! 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 Das hört sich jetzt aber nicht mehr so gut an. Kees. 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 Der Name wird so oft erwähnt. Kees! What? Du sagst immer Kees. Ey, ist das normal, dass das Alien die Tür hier aufkriegt? Kann sein. Das hat gerade die Tür aufgemacht und wollte gerade rein. Ja. Dachtest du, hallo, darf ich mit in die Party? Achtung! Grenade! Kees, warten Sie! Äh... Ja. Ja. Dieser Kees, ey. Gangway! Gangway hört sich wie so ein Hipster-Youtuber an. Ach, da liegt ein O'Neil. Oh nein, O'Neil! Hä, warum bewegt das Alien sich hier nicht? Keine Ahnung. Das ist eine Belästigung, würde ich mal sagen. Die Aliens irgendwie doof kommen, oder was machen die hier? Die Aliens kommen ja gleich. Wollen sie doch schauen. 30 Sekunden! 30 Sekunden, die kann ich nicht ergeben. Die kann lang werden. Ja. Noch ein paar Sekunden mehr! Wie viele Sekunden ist es noch? Hallo, ich möchte Shotgun. Danke. Mal sehen, ob wir die Auszeichnung kriegen, wenn kein Alien hinter die Barrikade kommt. Ey, da bleibt links, zwei links, zwei andere rechts. Es ist Durchbund. Ja, leider nicht. Ey, wo kriegst ich denn so ein Säurebad ab? Nein, rein, rein! Nein, es ist einfach schlimm. Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Das Alien haben wir in der Tür eingeklemmt. Was?! Aufgeschockt! Ich dachte, ich einfach nur, wo ich will aufreden! Du scheiß Hänger! Du scheiß Hänger! Alles klar, der läuft einfach vorne, Keyes! Jetzt kommt ja die Zwischensequenz. Trappiert sowieso. Ist der Keyes irgendwie bekloppt, dass er da den Granat gezündet? Ja, irgendwie ist Keyes schon ein bisschen blöd. Ja, der hat jetzt ein Kind gekriegt. Ein Mann, der ein Kind kriegt! Sollte man dann nicht einfach eigentlich glücklich sein? Ja, leider ist... Das Kind nicht nach den Wünschen! Nein! Warte! Nee, ich glaub, das Kind... Ich wollte ihm noch eine Grußkarte geben! Ich glaub, das Kind ist nicht nach Wünsch gewesen. Nicht nach den Wünschen. Ja, aber ich wollte ihm noch eine Grußkarte geben. Es ist ein Junge! Oh Gott! Ich bin ein Junge! Aha! Sagst du, dass das schon was ist? So! Bitte alle draufstellen! Dann guck ich jetzt zu! Versucht euch alle auf dieses Ding zu stellen! Ich guck zu! Das heißt, wir brauchen einen Landeplatz für etwa 80 Marines. Der Hangar ist unbrauchbar. Beim Frachtraum ist Platz. Gretak putzt sich so ab, so! Ich hab ein bisschen Dreck! Ja, lass Gretak drauf! Gretak macht so richtig sexy Pose gleich! Gretak, geht auf! Gretak, geht auf! Ich bin auch drauf! Ja! Dreck! Dann seid ihr stark! Vor allen Dingen O'Neill, ne? Jetzt rein ins Loch! Reins Loch! Und auf und auf und... Oh jetzt hab ich ja bis auf den Kopp-oom! Ach, jetzt ist ja O'Neill der nochmal vorrennt. Ja! Jetzt brauchst du uns nicht anmeckern, O'Neill ist schuld. O'Neill! O'Neill! Ach, wir müssen ja erstmal angesprayt werden. Oh, dieser Unil. Munition. Wie? Das ist nicht jetzt erst. Schön noch geröntgt. Facehager auf dem Gesicht und sonst ist er irgendwo bloß. Ich will die Facehager am Gesicht haben. Da kannst du ja gleich, da kannst du vorgehen. Nee, da vorne liegt schon einer. Facehugger. Da geh. Ich hab das während dem Film gemacht. Die ganze Zeit. Facehugger. Da kannst du vorgehen, Facehugger. Oh mein Gott, wir sind sowas von einem Arsch. Lass mich zu lesen. Facehugger. Oh, nie. Bitte aber nicht vorrennen, ja? Ich bin aufgewacht und fast erstickt. Da war was Spinnenartiges in meiner Sicht. Es ist tot, Sir. Ich wurde von meiner Truppe getrennt. Hier sind die Eier, die sind kaputt, wenn sie denn auf uns tun ist. Eigentlich ist das Kass hingehen. Die Eier ist vermutlich tot. Tut mir leid. Rhino 2-1 ist unterwegs zum Frachtraum. Können sie den Frachtraum erreichen, 2-3? Damit? Peace? Denken fällt gerade etwas schwer. Ich bin nicht sicher, wie ich dorthin komme. Wie auf der Suche nach dem Facehager. Versuchen sie es. Kommt sie lebendig zurück. Hier ist unser Kassel. Ach, da hinten. Ach, da hinten. Ich will zu den Facehuggern. Ja, die kommen! Wir haben so hier. Die sind keine Facehager. Okay. Oh Gottes Willen! Ich drehe mich um! Kriegen die Herzstelle meines Lebens! Oh! Hier, oh! Mach, oh Neil! Ab! Rein, 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 rein! Rein! Oh, hier gibt's Sachen. Alle bitte nach rechts! Oh, Neil! Teleportation! Wow! Das ist geschlossen! Ja, das Innen ist auch noch durchgekommen. Das hat genau die Tür aufgemacht und dann wurde ich wegteleportiert. Oh, aufgefasst! Ich mache erst mal hier das da. Ach, ich habe keine Munition mehr für die Ähne. Ich habe auch nur noch einen Schuss. Hier ist immer noch alles fast voll. Ich warte oben an der Treppe. Da vorne sind Ladungen, ne? Schuss! Oh, versucht der Zehner wieder die Treppe gleichzeitig aufzugehen? Nein, die sind normal durchgekommen. Nicht irgendwo. Alien! Oh, das ist Alien! Da geht der O'Neal. Der O'Neal sich jetzt fort. Ja, der geht einfach. Alter! Ja, hopp! Ich habe eine Marke so vor hinten. 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 Sie sind ja jetzt wieder hinten! Hallo! Ich treffe gar nicht. Wie viel Latenz habe ich eigentlich? Eigentlich ein guter Ping. Warum treffe ich denn nicht? Aber was war da hinten? Bitte alle reingehen! Ich geh rein! Ab! Und hier steht doch nicht am Weg! Also ne. Ich geh zu. So, ich lebe bald nicht mehr. Oh, wie hat was. Das ist denn? Was ist denn? Was macht die? Was ist denn? Was macht die? Was ist denn? Was ist denn das? Nach da lang. Habt ihr alle Muni? Na, 58 Schuss noch. Der O'Neill kommt endlich nach, weil der ist nochmal zurückgekehrt. Seid kommt, ihr aber bitte... Wer hat das... ...aufgemacht. O'Neill! Alter, nicht der O'Neill! Komm, was ist hier? Die ist schon so durch. Die ist schon so durch. Da ist ein Alien, falls keiner gemerkt hat. Du siehst doch schon tot. Was da ist nicht tot? Alter, das leckt ja richtig. Wir haben aber alle gleich gut gekriegt. Achso, ihr... 80? Ja, 80 ist nicht mehr so optimal für Shooter. Da kommt noch was. Miro, hinter dir. Rhein, 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 Rhein. Miro, da geht doch! Was denn? Ich kann ihn doch nicht rausspringen. Ich weiß nicht, was ihr für Leute seid. Ich wollte ihm gleich auf den Kopf rausspringen. Wir sind ja nicht in Super Mario. Weißt du, ist unten noch ein Kamerader. Spring runter auf den Kopf. Spring runter auf den. Spring runter auf den. Ist hier auf den. Ist hier auf den. Hab auch noch gesehen, wie Kretak, glaube ich, auf wie die drauf gesprungen ist und Kretak ist noch mal hoch gebaunt. Ja, da ist ja. Oh Gott! Nach rechts. Ja, ich glaube eh die Uni hinterher. Können wir zum Kontrollraum schaffen? Können wir die Tür öffnen? Ja und jedes ist halt in der Mission richtig nervig. Ich häng hier fest! Oh Gott, das will ich. Blödsinn. Sieh ich ab, Alter! Wofür hab ich denn Munition mit der Anna? Ich hab gar kein Licht. Doch. Ja. Wir kümmern uns um die. Rechts oben über uns. Also viel Schuss haben wir nicht mehr, ne? Rein, rein, rein. Ja, ich geh doch rein. Oh. Weg, weg. Ah Gott. Wir sehen hier das Leben. Ja. Mach doch mal hier die Tür zu. Geht doch rein. Geht nicht. Geht nicht. Hier, hier zu. Rein. Lilly. 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 Da kommen wir jetzt noch rein. Gott. Was soll ich denn machen, wenn ihr die Tür zu macht? Das ist wie ne Party. Ja, das ist falsch hier. Ich hab Sephora Axel dabei. Wir landen. Verstanden? Verstanden? Die Flachtraumtüren schließen sich automatisch. Alles klar. Was macht ihr da? Seid ihr Hüpfröcher oder wie? Alter, wir schmeißen sie wieder mit Granaten. Jo. Das ist das Ende der Mission. Jo. Ey, die ist bei mir. Ich hab grad die Bildschirme kaputt gemacht. Oh. Was ist das? Ja. Oh nein, nein. Dieser schwarze Mann mit seinen scheiß Granaten. Ich hab auch Granaten geschossen. Ah, ein Kill mehr. Der märchen. Der märchen. Der märchen. Er da. Der märchen. Der märchen. Untertitelung des ZDF, 2020